Welt nachkommt die Vertraut Recher Recher Verheerer Verheerer So Und du bist Heiler, Verteidiger Auch mein Tor Heiler Verteidiger Heiler habe ich jetzt alles was ich brauche Die wichtigsten Sachen so Ach nein Das wichtigste Fehler Nein So Das was ich gleich am meisten brauchen werde So Ähm Ja Scheiße egal jetzt Ich muss ja irgendwas machen Ach Okay Ich dachte wir gerade Fuck der Verheerer hat mich aber Aber ich mache ja viel zu viel Schaden dafür Oder viel mehr Schaden dafür Okay Ich glaube es ist noch besser wenn ich Mich heile So So Ja Ja Zumal dass ich auch da wieder so ruhig war Hehehe Ey Ich bin grad total in Konzentration gewesen Und so Und das ist jetzt nicht gelogen Das ist totaler Müll was ich hier grad mache Feiern Das ist gar nicht schlecht was du machst was du auf alle gehst Schade Den Blitz Das ist gar hätte ich auch noch abwarten können So So Das Auto So So Und sich ein bisschen mehr Wenn du so Ich bin der Die 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 so 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 ich habe keine Wahl, ich muss ihn wiederbeleben aber ich habe keine Chance dazu, ihn wiederzubeleben ähm ja ja was soll ich jetzt hier drossartig sagen die Kämpfe sind hier nicht gut ich werde abliefern weil ich keine vernünftige Strategie scheinbar habe um dieses Riesenmondkalb da zu besiegen hmm du kümmerst dich um die da unten und ich um die da oben oder was machen wir hier gerade scheinbar ja 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 ich mach Verheererschaden und ohne mach den selbst öffentlich machen einfach so ne dumme Idee ich denke ich mir mal dass es nicht so dumm ist und warum machst du ein Schild ich mag noch nicht so dumme, dumme, dumme Schild machen ich bin jetzt alleine, das mag ich wiederum, nein ist er nicht aber ohne weiß jetzt, wen er am Fokus nicht soll bzw. darf bzw. muss und wieder das Blitzmachverfahren zack nochmal 3000 das sind über 30.000 das sind über 30.000 so und noch einmal so und jetzt den hier genau so wenn ich Glück habe, sterben jetzt beide nicht beide, der eine da, meine ich und ich pechab nicht so so weit schaffe ich das nicht, glaube ich so langsam so 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 Du bist ein Scheißgegner gewesen. Definitiv. Du warst nicht nett zu mir. Nee. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Nee, hör auf. Ah, Mann. Mit sich. Ich hab' mir schon fast gedacht. Ja. Kann ich sein, dass ich mich hier nur mit Drohung vollgepumpte. Achso. Ich hab' gedacht, du bist immer anders. Hab' ich gegen dich schon gekämpft? Ja, ne? Also, ich weiß zwar was du kannst, aber... Obwohl, hab' ich gegen eine Form von dir gekämpft. Äh, mal wieder. Gleiches Aussehen anderer Name und so. Spinnst du, was kriegst du mich denn einfach? Das sind mal ganz und gar nicht hier die feine Englische Art. Sind hier mal Pokémon oder was? Ich weiß nicht, warum. Setz mal bis ein. Boah, das ging so viel im Mund. So, das wird geschlagen und geknüppelt und... ja kann der Mischung viel mehr gefällt scheinlich recht auf dem Weg kommt ein bisschen dumm agiert habe aber kann ich damit ein wenig immer wieder neue Gegner kommen werden ja was er könnte gern Trick verraten wenn ihr bis jemand das andere Viechter besiegt hat doch noch gereicht war genau passend gewesen war nicht zu viel war nicht zu wenig Mischung komplett das war ein B versteht zwar nicht und das ein B war aber okay und sollen die noch kämpfen oder so fehlt dann nur noch ja na klar was kennen wir daraus wenn die Statuen ihre Hände bewegen dann geht feuer aus ja 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 Ich muss auch noch gehen das halbe Viechkämpfen, gar nicht umwetten. So auch dagegen das halbe Viech werden wir waren andersmal kämpfen da, mir gerade ein bisschen die Lust vergangen ist, an diesem Dummkampf da, geht er mal gar nicht, nee, nee, sehe ich euch ein. Ich bin ein China-Doc, ich bin ein Fans, bis zum nächsten Mal, tschüss. Tschüss.